Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch und dann ist auch Schluss für heute. So, Aufnahme-Schluss. Ich könnte die ja auch zum Schluss holen, aber dann, wenn ich dann abstürze, dann rege ich mich noch mehr auf. Alter. Dass so einfach aussehende Sachen so fies sein können, einen so unter Druck setzen. Nein. Ich muss... Das ist immer der Fehler, den ich gerne mache. Ich mache Stampfattacken statt Weitsprung. Ich muss einfach nur hoch genug, also lang genug Feuer drücken, den Weitsprung. Das Problem habe ich mit bei Speedruns immer, dass ich dann Stampfattacke mache statt Weinsprung. Das kommt beim Speedrun total gut. Okay, das sah gleich schon mal ganz gut. Ich bin drauf. Gut, ich bin drauf. Das muss ich nur... Okay. Das muss ich jetzt noch bei den anderen hinkriegen. Gut, gut, gut. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Ähm, ich laufe darüber. Die schaffe ich von dem hier. Ich muss mich nur richtig... richtig hinstellen. Dreh dich, Mario. Dahin. Recht knapp, aber... Uh. Das war jetzt wirklich... Wir wollen nur rüber. Okay. Dass ich nicht außen rumlaufen muss. Wieder mit dem... Nicht gegen das Ding. Ich hab sie. Es fehlen nur noch zwei. Es fehlen nur noch zwei. Und die sind einfach. Ernsthaft? Die sind einfach. Die sind einfach. Wie geht's zur Seite? Schnell, schnell, schnell. Knappe Sache, aber... Geh weg, bitte. Wenn sie... Hut, geh weg. Ich will keinen Hut mehr haben. Kommt er hier ganz weg? Nein. Sieben. Und wo ist acht? Wo ist acht? Scheiße, wo ist acht? Kann die Kack mit Zimmer weggehen, ey. Ernsthaft. Die setzt mich total unter Druck. Dankeschön. Acht ist nicht hier. Ich seh acht nicht. Jetzt sag ich acht, ist irgendwo auf der Pyramide. Auf der Kackdrecks-Pyramide. Okay, wir können vorbei. Wir dürfen nur nicht runterfallen. Alles nur nicht runterfallen. Ernsthaft. Alles nur nicht runterfallen. Haben wir gerade den Geier angegriffen? Geile Sache. Das ist die Münze. Die Münze. Wasser. Wasser ist auch gut. Ich freue mich, wenn sie so viel Treibsand geben. Oh Scheiße. Das war wieder ganz am Anfang. Okay. Aber das kriegen wir hin. Kanone. Eine Kanone. Hallo, Kumpel. Greift der Vogel mich an? Äh, ich glaub, das hackt. Wo ist denn das? Ist irgendwo auch bei den... Bei den... Ich will erst mal irgendwie... Ach, der Geier hat mir meine Mütze geklaut, ne? Stimmt. So war das. So war das. Können wir uns hier wiederholen? Kommt ihr hier gleich her? Okay. 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 Easy go. Bestimmt sagt er easy go oder here we go. Ich weiß es immer noch nicht. Hier schnell rüber. Ohne den Wirbel. Sehr schön. Perfekt. Ohne den Wirbel auszuwählen. So. Jetzt muss uns so das hier wieder gelingen. Das war, glaub ich, nicht so kompliziert, darüber zu kommen. Schauen wir uns sogar um drauf. Wir schaffen es um drauf. Rutschen aber wieder runter. Okay. Komm. Jenny, das schaffst du. Ein letzter Flug. Wir müssen nur einmal rüber. Können ja auch hier... ...nummer sicher machen und... Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Ich bin gerade auch so stolz auf mich, dass ich so Sachen, die mir so schwer vorkommen, doch hinkriege. Wo ich schon kurz vorm Verzweifeln bin. Das mit den Fliegen jetzt ist... Da bin ich sehr stolz auf mich. So, das war es jetzt auch mit dieser Aufnahme-Session. 30 Sterne ist cool. Du hast 30 Power-Sterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengar mit einer Stampfantacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Welche zwei Säulen? Wisst ihr, welche zwei Säulen denn mal mit runterstampfen? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit mir. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn es mal wieder heißt, let's play Super Mario 64. Yay! Ciao! Eure Alkera! 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 Untertitelung des ZDF, 2020